In diesem Video erklären wir euch die Ausbildung zum Bankkaufmann. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Ausbildung bei Banken, in welcher man die Grundlagen des Bankgeschäfts lernt, also von Krediten über die Kontoführung bis hin zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Wenn man die Ausbildung erfolgreich abschließt, darf man sich dann auch offiziell Bankkaufmann nennen. Zum Ablauf der Ausbildung. Die Ausbildung dauert grundsätzlich drei Jahre und am Ende der Ausbildung folgt eine Abschlussprüfung bei der Industrie- und Handelskammer. Zwischendurch wird außerdem eine Zwischenprüfung geschrieben, welche als eine Art Zwischenkontrolle dient, um zu schauen, ob die Azubis den bisherigen Stoff auch verstanden haben. Da allerdings drei Jahre schon ziemlich lang sind, ist es bei Abiturienten inzwischen üblich, dass die Ausbildung auf zweieinhalb Jahre mindestens verkürzt wird. Bei einem guten Abitur oder bei guten Leistungen in der Ausbildung wird meistens allerdings die Ausbildung auch schon direkt auf zwei Jahre verkürzt. Darüber hinaus kann man die Ausbildung noch einmal um sechs Monate verkürzen, sodass man die Ausbildung auch schon nach eineinhalb Jahren mit der Abschlussprüfung beenden kann. Die Ausbildung zum Bankkaufmann ist außerdem eine duale Ausbildung. Das bedeutet, dass man praktisch in der Bank und theoretisch in der Berufsschule ausgebildet wird. Dies geschieht meistens in Form von Praxis- und Theorieblöcken. So geht man also ein paar Wochen zur Berufsschule und anschließend ein paar Wochen zur Bank, dann wieder zur Berufsschule und so weiter. Wobei die Berufsschulblöcke meistens deutlich entspannter sind, weil in der Bank muss man 40 Stunden arbeiten und in der Berufsschule eher nicht so. Wie gesagt, dient die Berufsschule der theoretischen Ausbildung. Dafür gibt es drei wichtige Fächer, in denen man am Ende auch die Abschlussprüfung schreibt. Dies sind Bankwirtschaft. In diesem Fach lernt man alles Bankspezifische, also Kontoeröffnung, bis hin zu Aktien oder was sind Fonds. Wieso und Gesellschaft ist ein Fach, wie man es aus der Schule in Form von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft kennt. Es geht also um Themen wie die soziale Marktwirtschaft oder den deutschen Arbeitnehmerschutz. Das letzte prüfungsrelevante Fach ist Rechnungswesen. Dort lernt man quasi Buchhaltung, also die systematische Erfassung von Geld- und Leistungsströmen. Außerdem hat man teilweise weitere Fächer, wie Englisch, Deutsch und so weiter. Diese sind allerdings nicht prüfungsrelevant und werden deswegen, wenn sie überhaupt unterrichtet werden, von den Azubis auch eher stiefmütterlich behandelt. Nun zu der Zeit in der Bank. Dabei muss man zuerst sagen, dass das, was man in dieser Zeit erlebt, sehr stark davon abhängt, in welcher Bank man ausgebildet wird. Bei Banken mit vielen Filialen verbringt man zum Beispiel viel Zeit am Schalter. Bei anderen Banken, die das nicht haben, wenn man keinen Schalter hat, kann man da auch nicht vorstehen. Da sieht man dafür dann andere Sachen. Grundsätzlich sollen allerdings alle Azubis das gleiche lernen. Deshalb ist der Ablauf auch meistens ähnlich. Normalerweise hat man mit voranschreitender Zeit immer mehr Kundenkontakt. Deswegen fängt man normalerweise in der Backoffice an. So werden Abteilungen genannt, die keinen Kundenkontakt haben, also der Zahlungsverkehr, also die Abteilungen, in der Überweisungen und so weiter bearbeitet werden oder allgemein Abwicklungsabteilungen. Anschließend geht man normalerweise ins Frontoffice. Hierbei handelt es sich um Abteilungen wie die Kundenberatung oder den Wertpapierhandel, also Abteilungen, die direkten Kundenkontakt haben. Das Middleoffice bekommen Azubis normalerweise nicht zu Gesicht. Da dies in der Regel recht spezialisierte Abteilungen sind, wie das Risikocontrolling oder die Compliance, die für die Ausbildung ohnehin nicht sonderlich relevant sind. Jetzt zum Berufsbild eines Bankkaufmanns. Wenn man mit der Ausbildung fertig ist und sich dazu entschieden hat, in der Bank zu bleiben, dann kann man normalerweise sowohl in der Front- als auch in der Backoffice arbeiten, welche allerdings recht unterschiedlich sind. Denn die Backoffice hat keinen Kundenkontakt und es handelt sich um relativ ruhige und geregelte Arbeit, wohingegen die Frontoffice ausschließlich Kundenkontakt hat, wodurch die Arbeit deutlich leistungsorientierter und stressiger ist. Allerdings ist auch die Frontoffice sehr heterogen, da sich die Arbeit eines Privatkundenberaters sehr von der eines Aktienhändlers unterscheidet, sodass man hier schwer pauschale Aussagen treffen kann. Das akademische Niveau der Berufsschule ist meiner Meinung nach deutlich niedriger als beim Abitur. Die Tests sind fast ausschließlich Multiple Choice oder man muss die Fragen mit ein bis zwei Sätzen beantworten und es handelt sich dabei normalerweise um reines Auswendiglernen. Insgesamt würde ich sagen, dass das akademische Niveau eher mit dem Niveau, das ihr beim Realschüler Abschluss gehabt hat, zu vergleichen ist. Das klingt erst einmal recht entspannt, allerdings sind die sozialen Anforderungen in der Bank deutlich höher, da man deutlich professioneller auftreten muss als beispielsweise in der Oberstufe, denn einem Kunden gegenüber muss man immer professionell und seriös gegenüber wirken. Die akademischen Anforderungen in der Bank hingegen schwanken sehr stark. Es gibt Abteilungen, die keine sonderlich komplexen Aufgaben bewältigen, in anderen Abteilungen hingegen, zum Beispiel die, die Finanzprodukte imitieren oder Fonds auflegen, sind die Anforderungen hingegen sehr hoch, allerdings bekommt man diese Abteilung auch nicht so oft zu sehen, beziehungsweise nur in wenigen Banken, sodass das nicht für alle Azubis relevant wird. Insgesamt lässt sich zum Anforderungsprofil sagen, dass man es sehr gut bewältigen kann und insbesondere in der Berufsschule nicht viel Zeit mit Lernen verbringen muss. Daraus leiten sich auch die Anforderungen an die Azubis ab. Es ist grundsätzlich positiv, wenn man eine gewisse Affinität zu Zahlen hat. Das bedeutet nicht, dass man jetzt in Mathe ein Abitur geschrieben haben muss, aber man sollte vielleicht auch nicht bei jeder zweistelligen Additionsaufgabe den Taschenrechner benötigen. Auch positiv ist es, wenn man ein allgemeines wirtschaftliches Interesse hat. Am wichtigsten ist es meiner Meinung nach allerdings, jedenfalls wenn man in der Front Office arbeiten möchte, dass man gern mit Menschen zu tun hat. Denn wenn man viel mit Kunden zu tun hat, ist es auch vorteilhaft, wenn man das Ganze gerne macht. Wenn man die Ausbildung dann erfolgreich abgeschlossen hat, hat man normalerweise vier Optionen. Die naheliegendste ist es natürlich, nach der Ausbildung einfach zu arbeiten. Wenn man sich allerdings weiterbilden möchte, kann man berufsbegleitend auch noch den Bankfachwirt machen. Das ist wie der Meister beim Handwerk eine Weiterbildung zur Ausbildung. Des Weiteren kann man auch berufsbegleitend studieren. Man arbeitet also ein paar Tage in der Woche und man studiert ein paar Tage. Außerdem kann man nach der Ausbildung auch einfach nur studieren, also ein Vollzeitstudium. Dies ist auch ein Weg, der von vielen Auszubildenden gewählt wird. Dies muss auch nicht zwangsläufig BWL sein. Es gibt auch viele Bankazubis, die danach Mathematik oder Jura oder andere Fächer studieren. Abschließend noch die wichtigsten Punkte, die für und gegen eine Bankausbildung sprechen. Für eine Ausbildung sprechen meiner Meinung nach, dass man insbesondere im Bereich Softskills sehr viel lernt. Auch lernt man die Grundlagen von Banken und Wirtschaft, sodass man eine Ausbildung zu Bankverkaufmann wahrscheinlich auch als ein BWL-Leitstudium sehen kann. Ein grundsätzlicher Vorteil der Ausbildung ist, dass man keine langfristigen Verpflichtungen eingeht. Bei einem dualen Studium verpflichtet man sich häufig, mehrere Jahre danach in einem Unternehmen zu arbeiten. Das ist bei einer Ausbildung nicht so, sondern man ist nach der Ausbildung komplett frei. Andererseits dauert eine Ausbildung auch recht lang, da sie bei voller Ausbildungsdauer fast so lang dauert wie ein Bachelorstudium. Und die Anforderungen, insbesondere die akademischen Anforderungen, liegen unter denen eines Studiums, sodass es für sehr gute Schüler, wenn sie nur auf akademische Anforderungen ausgerichtet sind, unter Umständen langweilig werden könnte. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema ein bisschen erklären. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Bis dann!